Ja, ich war gerade bei Electronic Arts, habe mir da Medal of Honor angeschaut und sogar angespielt und zwar eine Hubschrauber-Mission. Da ging es dann darum, ein paar Missiles und MG-Feuer auf irgendwelche bösen Terroristen zu schießen. Hubschrauber ist automatisch geflogen. Alles, was ich tun musste, war im Prinzip einfach nur das Feuer zu steuern und was auch interessant war, war, dass zwischendrin das Spiel dann in eine andere Kameraansicht geschalten hat, also irgendwie von einer Drohne oder irgendwie sowas, wo ich dann eben Gegner anfixieren musste und dann wurde eben noch eine größere Missile verschossen. Das Ganze spielt sich ganz gut, sieht auch ganz gut aus. Auf der PS3 wohlgemerkt haben wir das angespielt und ja, wird ganz interessant dann eigentlich auch, wie die Laufmissionen aussehen werden. Die Hubschrauber-Missionen sind auf jeden Fall schon mal super. Nichts! Bisschen auf den Reims! 06 Targen ist set, Charlie Mike. 1-1, wir werden einen Nachdenken, untertatt. 06-0. Let's stay on Mission and find the mortars. Roger, wie ist die Morte? Not at Bingo yet, ca matter 800 lb. Let's continue to acquire and engage these targets. 1-1, Roger. Come on, I'm getting past the fully moves, we just have to be. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017